Hallo! Hast du mal darüber nachgedacht, warum es große und kleine Menschen gibt? Oder warum die Menschen verschiedene Haarfarben haben? Das möchte ich dir in diesem Video anhand genetischer Strukturen erklären. Schauen wir uns zunächst eine Population genauer an. Sie setzt sich aus Individuen der gleichen Art zusammen. Aber wie ist eine solche Art überhaupt definiert? Eine Art fasst alle Lebewesen zusammen, die in den wesentlichen Merkmalen übereinstimmen und fruchtbare Nachkommen bekommen können. Die Individuen einer Art, die in einem bestimmten Gebiet leben, bezeichnet man als Population. Wir wollen uns jetzt einmal auf die Ebene der Gene begeben. Die meisten Merkmale des Menschen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Inhantil. www.sofatutor.com